so meine damen und herren heute beginnen wir mal ganz anders denn heute beginnen wir mal mit einem battle pack öffnung von battle pack 2 war of the guardians wir kaufen eins ja sind sicher und ich möchte das bitte battle pack bearbeiten warum bearbeiten ach so ok ich habe es kapiert ich habe es kapiert ich habe es kapiert und wir gehen einfach mal in die runde rein und wir machen mal einfach ein einzelspieler battle ok wir spielen gegen bots dann bin ich mal gespannt weil wir müssen jetzt so wie ich das kapiert habe erstmal die runden gewinnen um dann das battle pack zu öffnen das ist eigentlich richtig bescheiden ist aber ok gut so wir beginnen wir gucken uns mal an wir haben jetzt relativ gute waffen wir setzen einfach mal ihn im verteidigungsmodus hin und beenden einfach mal den zug 1000 ok das ist natürlich doch schon eine gewisse ach du scheiße der legt ja was will denn noch hinlegen nochmal wieder aufhören so ich würde einfach mal sagen wir bespüren ihn mit 1800 genau ich weiß eh ich krieg irgendeinen rückschlag zurück weil das ist mir gerade egal effekt aktivieren dann mache ich einfach mal obwohl ich ihn eh hoffentlich besiegen werde wir gehen in die battle phase und greifen ihn mal direkt an oder sagen wir uns da angreifen das war klar ist hier irgendwas kommt da möchte ich bitte nicht angreifen weil 2000 ist ein bisschen mehr als ich dachte aber wir beenden mal den part jetzt so opfern opfern gegen dreitausender ja ok das ist natürlich jetzt schon eine ansage aber leider bringt uns das ganze hier überhaupt nichts das ist ein bisschen mistig obwohl ich glaube ich in einem griff muss offen und dann hätte die nicht zerstört werden kann aber gut okay ach nee das ist automatisch okay das ist natürlich gar nicht mehr so dämlich so 2700 bringt uns immer noch nicht viel oder wir würden zwei wasser monster wegwerfen dann würde es auch gehen aber die haben wir ja leider nicht dann würde ich sagen legen wir diese karte verdeckt in verteidigungsmodus obwohl nein wir können ja spezialbeschwörung machen das seht ihr dann nicht als normale beschwörung also das heißt wir hätten dann drei karten auf der auf dem feld also machen wir hier spezialbeschwörung legen diese karte weg weil die im moment nicht viel bringt dann gehen wir hier in eingriffsmodus hätten glaube ich besser im verteidigungsmodus gehen müssen setzen noch diese karte hier und beenden dann unseren zug und du bist dran in 4m 8 alter was passiert denn hier muss also verpasst ach du scheibenkleister also sie ist gerade eine menge passiert aber ich weiß selber gerade nicht was passiert ist wenn der munter ok eigentlich recht geile dinge die ich gerade gezogen habe aber natürlich nicht zum passenden zeitpunkt so und hier brauchen wir auch schon zwei karten aber ok ok du bist dran ja ich aktiviere eine karte und zwar hier wakubo effekt aktiviert ich kriege keinen kampf schon und ich bin geschützt dass irgendwie meine karte nicht zerstört werden kann ey der legt hier karten weg das gibt es gar nicht kriegt dafür aber auch die gewisse punktzahl dafür so wir setzen einfach diese karte und beenden unseren zug schon ihr könnt jetzt mal kurz so durchlesen was die karte eigentlich macht oder ich werde das jetzt einfach mal sehen oder ich werde das jetzt einfach mal sehen so wir wählen eben diese karte da kann nämlich von ihr der abfahrt gerade nicht aktiviert werden ja wir aktivieren auch noch diese karte weil ich natürlich mit der guten hoffnung bin dass diese karte die karte kann eben nicht zerstört werden äh kampf schon bringt mir nicht viel dadurch dass wir eh keinen schon bekommen würden ich weiß nicht von welcher karte der gerade redet aber ich habe zwar keine karte mehr aber ok damit bin ich mein part ich kann einfach nichts machen so ich bin mal gespannt ich aktiviere jetzt nochmal effekt aktivieren aaaah ok ich kann vom friedhof aus kann ich den effekt noch aktivieren ah ok jetzt kaffiere ich es hätte mir in der vr überhaupt nicht gebracht also mit meiner phase hey ich habe doch den effekt jetzt aktiviert aber ich bin tot ich bin einfach tot nice nicht wahr und ich muss einmal gewinnen um die karten zu bekommen oder was so wir gehen einfach nochmal in eine runde rein ok nice äh Dingssee im hintergrund sieht geil aus solange die karte als äh normale beschwörung eben da ist gibt es eine zaubermarke drauf oder eine karte drauf und bekommt eben ein paar äh bonus Dings drauf und ja nice genau das warum macht er das jetzt habe ich jetzt nicht ganz kapiert warum er das gemacht hat aber ok ich kapiere es einfach mal ok wir setzen diese karte und setzen diese karte und beenden dann unseren zug alter ich weiß einfach nicht was ich hier machen soll wir setzen jetzt einfach diese karte im Verleihungsmodus aber können wir hier diese fallen karte hier aktivieren ja komm ich möchte aktivieren jetzt kann ich wieder eine karte speziell rufen aus dem friedhof vor mir die wieder warum hole ich mir eigentlich die wieder ach stimmt ja ich hatte ja keinen anderen mehr gehabt der andere war ja schon im Dings war ja verbannt aber hm gut gut wir ja beschwören diese wunderschöne karte und gehen na komm wir wir setzen hier noch hier und beenden unseren Zug du bist an ne ich lass es mal ich lass es jetzt mal weil ich nämlich nicht weiß ob ich das auch in meiner phase machen kann also in meiner äh main phase oder step phase und ah ok das war sowas von klar ne das wäre ja eigentlich besser dämlich ja doch eigentlich Effekt aktivieren zerstöre jedes monster ne das wäre ja dämlich wenn ich die aktiviere nein möchte keine weiterkarte hinzufügen so so nice nein möchte ich nicht nein endphase main phase battle phase nein alter wie oft kann ich denn diese karte noch aktivieren aber ja ich aktiviere weil ich bin ja jetzt nicht ganz bescheuert weil wenn er jetzt angreift kriegt er jetzt den schaden 1500 das ist der sinn dahinter nice aber dafür hat er eine ganz große abwehr schon also alles heilen karten hier bestimmt so wir müssen jetzt zwei tribute anfordern das mache ich natürlich lieb gerne und kann dann hoffentlich hier komplett durch angreifen ich bin mir echt nicht sicher ja ich aktiviere mal den Effekt hier oh nein 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 fuck das war das war richtig warum bin ich so bescheuert warum bin ich so fucking bescheuert warum greift er nicht an das kapiere ich gerade überhaupt nicht ich beende meinen Zug warum bin ich so fucking bescheuert warum geht da habe ich nur so welche starken karten ich habe aber keine schwachen karten das ist ja krank äh ja ich aktiviere muss mal gucken welche das war ich aktiviere jetzt diese karte aha halbieren wurde ausgewählt ok ja direkt angriff jetzt macht er jedenfalls nicht mal ganz so viel schaden hier trotzdem noch 1500 defense wir setzen den hier im verteidigungsmodus verdeckt und dann beende ich meinen wunderschönen Zug ach der mich jetzt angreift ah ok gut war irgendwie sinnlos gewesen dass er die karte gesetzt hat aber ist schon irgendwie hm ich kriege einfach hier nichts ordentliches hin das ist so verrückt ich kapiere das einfach nicht alter spiel ich weiß einfach nicht mehr was ich machen soll wow jetzt kommen so richtig die schlechten Sachen ich beende meinen Zug jedenfalls kann ich dann noch eine starke karte immer wieder legen so ich werde jetzt ich werde jetzt die karte hier beschwunden ist mir jetzt aber auch egal wir beschwören jetzt einfach diese fucking karte und greifen den jetzt an auch wenn er jetzt hier zwei äh monster angreifen kann aber wir gehen jetzt in die battle phase ich weiß nicht ob er irgendwas zum schützen hat wir greifen einfach an der hat was zum schützen das war sowas von klar ich krieg er kriegt 3000 Schaden und meine karte geht auch noch weg und ich bin tot ah fuck ich hätte eine spezialbeschwörung nehmen können oh fuck ich habe nicht ganz gelesen gehabt oh ich hätte einfach mal so die richtig starke nehmen können aber die ist ja hier so wir aktivieren den Effekt setzen diese karte und beenden unseren Zug oh nein nicht gut was warten denn die ganzen karten her all warum hatten nämlich jetzt außerdem angreifen können mit schaden gut okay das war es wohl erstmal mit zwei runden für das battle pack wenn ich da gar nichts gefallen hat dann gibt einen Daumen rum wenn ich einen Daumen rum schreibt mir in die Kommentare ob wir mehr davon sehen oder auch nicht dann bis zum nächsten mal sagt er immer ins Wort ciao ciao